Ich kann den Rest nicht mehr reinschauen. Ja, es ist ja wirklich viel. Alle rein, alle in die Vorhinein. Ja, alle. Wir müssen hier rein. Ja, es ist ja wirklich viel. Die Wasserflasche beim Laufen in der Hand halten finde ich ungünstig. Und da stellen Sie sich immer nur so ein gutes Backpack an, in einer Stadt, die Sie gerne ohne Rucksack anschauen möchten. Einmal die Umzeiten, meine Herren, oder die Nacht durchtanzen, auch meine Damen, meine Damen. Auch das ist möglich, und zwar später mit Locken und Drunzen nach Hause gehen. Einfach, komfortabel und wann Sie wollen. Öffentliche Schließungen da gibt es bereits an Bahnhöfen. Allerdings sind die meisten natürlich nur an Bahnhöfen zu finden, die sind natürlich nicht nur da, wo Sie sind. Sehr geehrte Jury, Sie alle, die das Problemen sind, werden wir. Wir lösen die Probleme und präsentieren Ihnen jetzt die Euren Backbox. Diese Lockbox, meine Damen und Herren, ist schnell, sicher, günstig und direkt vor Ort, nämlich in Hamburg, in der Innenstadt. Das können Sie sich auch gerne mal hier auf diesem Plan angucken. Und wir haben dazu schon mehrere Menschen gefragt, und zwei Drittel aller Befragten waren begeistert von der Idee. Die Urban Lockbox, geschehen aus einem handelsüblichen Container, recycelt, direkt und regional aus dem Hamburger Hafen, nachhaltig und praktisch. Man kann sein Gepäck verstauen im Schließfach, und zweite, können das Gepäck entnehmen, indem Sie die individuelle PIN eingeben und das Gepäck entnehmen. Wie ist das hässlich? Dann passen Sie mal auf. Hier können Sie Ihre Werbung stehen, oder auch hier, oder sogar hier. Sie werden damit Mieter zweier großer Containerwände mitten in der Innenstadt. Sogar der Container wird sich nach Ihnen benannt, nach Ihrer Firma. Somit haben wir ja noch zwei leere Wände. Die werden alljährig durch einen großen Designwettbewerb von Künstlern gestaltet, wo es online eine Abstimmung dafür gibt. Bitte schön. Drei Container in drei Jahren. 175.000 Euro Gewinn. Das reicht uns aber doch nicht. Erstmal sechs in Hamburg, und dann München, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Deutschland. Oder ganz Europa. Super.